Genießen wir gemeinsam den Zauber dieser Fallenmacht. Denn wer die Gabe hat, sich verzaubern zu lassen, wird nie aufhören, an das Schönes zu glauben. Wer den Zauber einer solchen Nacht genießen kann, ist selbst zum Zauberer. Und dann müssen wir mal schauen, jetzt hast du das aber gut so gemacht. Moment, kurz weiter. Und den Schlüssel brauchen wir. Schlüssel, 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 Schlüssel für Rundfälle, bitte schön. Schlüssel, 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 Schlüssel. So, jetzt kommt das Rundfälle. Ich habe gesagt, na, Moment, ich mache jetzt zwei Sachen. Ich werde mich befreien, auf beiden Seiten, und die Karte finden, und mich wieder fressen. Ist gut. Hand flach, bitte, die Kartenstelle rauf, und das Ganze in einer halben Sekunde. Schon bereit? Legt. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Ich mache mal auf. Was ist da drinnen? Schau mal, jetzt ist es mal da. Oh, jetzt ist es da. Jetzt ist es da, jetzt ist es da. Die Handschellen. Wenn da drinnen die Handschellen sei. Was ist dann da? Schau mal her. Ich habe es mal gefesselt. Also, die Finger. Was für Karten, Moment, was für Karten, was? Was für Karten, was? Was für Karten, was? Neues, zwei. Das ist die Karten. Das ist die Karte. Das ist die Karte. Das ist die Karte. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR